einen wunderschönen da bin ich mal wieder euer odin und ich begrüße euch zum hardware video vom thermostat für die heizung von devolo jetzt müssen wir mal gucken müssen ja irgendwo hier batterien rein ach so ach so ist ja auch clever also braucht man detiert auch wenn es wenn es dran geschraubt ist so zeige ich euch mal weil wenn ihr dran geschraubt ist selbst das hier ist eine ebene können wir dann praktisch halt auch dann die batterie wechseln und zwar zeige ich euch das mal hier so sieht es aus wenn es dann zu ist und wir haben hier oben so eine ganz kleine einkerbung da da können wir dann mit dem finger auch wenn es dran ist ab und dann können wir dann hier mal die batterie rein machen batterieren rein machen die brauchen wir auch jetzt auch noch so ein kleiner im moment bei weil da ist ein eingebautes display und natürlich auch lan mäßig wo sind echt sony batterien so muss man gucken wo plus minus ist batterien sind nämlich erklärt wo welche ist und da haben wir dann ein display also ich bin mal neugierig wann das display ausgeht oder ob das die ganze zeit so erleuchtet ist ich glaube nicht und dann haben wir dann praktisch da unser display was wir ablesen können dann kommt das hier noch ran oder das welche kommt denn hier ran so das ist jetzt dicke und dünne heizung glücklich gemacht dass man das jetzt hier so ran machen kann so dann kann man das an den heizkörper schrauben dann kommt das hier noch bei bedarf ran und hier haben wir dann so ein imbo seht ihr das so ein kleiner imbo und dadurch können wir hier die breite einstellen dann würde ich sagen dann wartet soweit das display ist aus geht wirklich aus in einer weile dann wartet jetzt soweit zu dem ich werde das hier alles noch mal einpacken und dann sehen wir uns natürlich im nächsten unboxing hardware video wieder beziehungsweise ende der woche im großen hardware check video wo wir alles uns noch mal genau angucken werden bis dahin verabschiede ich mich ahoi sagt euer odin und dann